Uh, das war einer zu viel in die Richtung. Das Holz, was ich hier jetzt drauflege, ihr hört schon beim Brechen und seht es auch, wenn ihr euch so ein gebrochenes Stück anguckt, das ist nicht ganz trocken. Wenn es richtig trocken wäre, dann würde es quasi zack abbrechen und nicht so fasern, splittern in Anführungszeichen. Aber da unser Feuerchen schon heiß genug ist, kann man da jetzt auch so was drauflegen. Das ist also wirklich nicht optimal. Ja, jetzt ist es keine Pyramide mehr, jetzt ist es eher ein Haufen. Und damit möchte ich es jetzt auch bewenden lassen, weil ich will euch ja dann nachher noch zeigen, wie man das dann korrekterweise löscht. Und, was mir auch immer sehr wichtig ist, die Feuerstelle hinterher wieder tarnt. Man kann sie ja nochmal verwenden, da spricht nichts dagegen. Ich habe auch ganz wenige, ich glaube zwei oder drei Feuerstellen im Walde, ja drei, die ich dann regelmäßig nutze. Aber ich verstecke die ja auch jedes Mal wieder und bedecke die Asche schön mit Laub und so weiter und so fort, damit man das nicht gleich sieht, dass hier jemand sich eine Feuerstelle angelegt hat. Sodala, das ist jetzt schon ein wenig Zeit vergangen inzwischen. Und das Ganze ist ganz gut runtergebrannt. Fängt jetzt auch deutlich mehr an zu rauchen, weil halt eben die Temperatur nicht mehr so hoch ist. Wir haben keine so vollständige Verbrennung mehr. Entsprechend mehr Holzbestandteile verdampfen in Form von Rauch. Das ist natürlich dann blöde, wenn man nicht entdeckt werden möchte, wenn es ordentlich raucht. Man kann sich also jetzt überlegen, je nachdem wie sehr man sich tarnen will, jetzt auch in Survival-Situationen, wo man nicht entdeckt werden möchte, weil man in irgendeinem Krisengebiet unterwegs ist oder solche Späße, kann man sich überlegen, ob man das jetzt in diesem Moment auch schon löscht, weil es einem zu gefährlich ist, eben mit diesem Rest, der jetzt noch raucht, das noch eine Weile vor sich hin qualmen zu lassen. Denn wenn ihr das Ganze jetzt nicht wieder ordentlich anfacht und wieder ein richtig heiß brennendes Feuer draus macht, raucht euch das die ganze Zeit weiter. Und da gibt es auch keine Möglichkeit, das zu verhindern. Ich möchte es aber gerne zu Ende brennen lassen und möglichst noch alles verbrennen, was jetzt hier noch an Hölzchen außenrum eben liegt. Gut, schmeißt man dann einfach mitten rein. Und dann kann ich euch nämlich auch nochmal zeigen, wie das mit dem Reinpuschten funktioniert. Solche Holzrestchen dann auch mitten ins Feuer legen, ist auch was, wo man ein ganz kleines bisschen auf die Hände aufpassen sollte. Das kann auch schon mal in die Hose gehen, dass man was anfasst, was doch heiß ist. Also einfach ein bisschen vorsichtig sein und überlegt handeln. Sinn und Zweck von der ins Feuer puschte Aktion ist, dass es halt einfach, dass da noch zusätzlicher Sauerstoff dazu kommt, was die Verbrennung dann nochmal kurzfristig ankurbelt. Und ich empfehle, könnte auch anders machen, jeder darf machen, wie er möchte, lange, ja, mittelstark pusten. Also lieber einen langen Luftstoß, als einmal kurz so. Machen auch einige Leute so, weil sie dann der Meinung sind, das funktioniert besser. Aber kann ich irgendwie nicht ganz verstehen, wieso das jemand gut findet. Also man hätte jetzt auch nochmal mit Holz draufschmeißen, das Ganze problemlos nochmal anblasen können. Wenn man jetzt nochmal mehr kleinere Stöckchen draufwerfen könnte, würde, könnte man das auch wirklich absolut problemlos wieder zum richtig großen, brennenden Feuer bekommen. Also das heißt ein richtig großes, ein dem Zweck angepasstes. Ein ganz kleines bisschen was muss ich noch draufwerfen, ich kann nicht anders. Wenn ich ein Feuer sehe, das am Ersterben ist, dann muss ich einfach was draufwerfen. Das arme Feuer. Trotzdem lasse ich es jetzt mal ausgehen und dann zeige ich euch nochmal, wie man dann weiter verfährt. Ich wollte euch doch noch jetzt ein bisschen was zum Thema Funkenbildung erzählen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt schmeiße ich schon wieder Holz drauf. Meine Güte, lass das, löse, aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man auf ein sehr heiß brennendes Feuer nässeres Holz draufwirft, dann kriegt man Funken, weil dann möglicherweise Wassereinschlüsse im Holz explodieren. Dann knackt es auch richtig beim Brennen und bei sowas kann dann auch mal ein Funken weiter wegfliegen. Das ist so die Sache, die dann, was das angeht, ein bisschen gefährlich ist, weil es halt Funkenflug gibt. Deshalb, wenn man von vornherein immer mit dem optimalsten, trockensten Holz arbeitet, hat man auch ganz, ganz wenig Funkenflug. Ich habe jetzt bei diesem Feuer keinen einzigen Funken gehabt, der irgendwo hingeflogen wäre. Ich habe nicht mal einen gesehen, geschweige denn, dass einer irgendwas angezündet hat. Es hat vor zwei Tagen noch richtig ordentlich geregnet. Ich habe jetzt halt wirklich nur optimalstes Holz gesammelt für das Feuerchen. Und von der Brenndauer hätte es jetzt echt ausgereicht, um sich damit was zu essen zu kochen. Kommt halt auf einen Bass. Kartoffeln wäre schwierig geworden. Die müssen ja eine ganze Weile kochen, aber mal eben heißes Wasser machen, um irgendwelche Asianudeln reinzuschmeißen, dafür hätte es gereicht. Oder einen Topf Ravioni. So, ja Leute, geben die sowas essen. So, und damit ist es jetzt wirklich runtergebrannt. So ein ganz paar nicht verbrannte Holzreste sind noch drin. Die könnte man jetzt natürlich auch noch mal ein wenig anpusten, damit es noch mal eine Flammenbildung gibt. Ja, ne? Aber ich habe mir gedacht, jetzt machen wir hier langsam mal finito. Ach komm. Hallo. Ich wollte doch finito machen. Gehen wir mal wieder aus. Generell gibt es jetzt die super spaßige Möglichkeit, sein Feuer durch Auspinkeln zu löschen. Wirklich sehr spaßige Angelegenheit. Wer das noch nicht gemacht hat, insbesondere natürlich von den Geschlechtsgenossen, dem kann ich das nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Allerdings macht euch darauf gefasst, das stinkt erbärmlich. Das riecht dann wunderbar nach Ammoniak. Na, wie dem auch sei, das machen wir jetzt nicht. Sondern ich wollte euch eine andere Variante zeigen. Nämlich, wenn ihr euer Feuer jetzt ganz, ganz schnell auskriegen wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder, ich kippe eine große Menge Wasser drauf. Habe ich jetzt nicht. Wird in den meisten Fällen wahrscheinlich der Fall sein, dass das nicht verfügbar ist. Was ihr aber immer habt, ist Erde, beziehungsweise Boden. Und am besten ist es jetzt natürlich, wenn man Mineralboden drauf gibt. Also das, worauf wir unser Feuer jetzt gemacht haben. Also ihr könnt euch nebendran, wenn ihr eine Schaufel habt, noch ein kleines Löchlein schaufeln. Oder ihr habt euch einen Grabestock geschnitzt und habt damit ein Löchlein geschaufelt. Und habt einfach einen Haufen Mineralboden griffbereit. Den könnt ihr euch jetzt mit beiden Händen nehmen und draufschmeißen. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr auch das zur Seite gescharte Zeug nehmen, was ihr halt vorher zur Seite geschart habt. Denn das ist garantiert nass. Das ist eigentlich immer nass. Es muss schon wirklich absolut ausgetrocknete Zustände herrschen, dass das nicht nass ist. Und unter solchen Bedingungen macht man ja wieder kein Feuer. Habe ich ja eingangs schon erwähnt. Heißt, wenn man jetzt dieses Zeug hier, auch wenn das potenziell brennbar ist, weil es so feucht ist, da draufschmeißt, dann geht das Feuer aus. Aber, was man beachten muss, ist erstens genug davon draufwerfen. Zweitens, ruhig ein bisschen feste drücken, damit da keine Luft mehr rankommt. Denn Zweck der Aktion ist es, das Feuer zu ersticken. Sobald das überhaupt keine Luft mehr bekommt und auch kein Sauerstoff im Holz selber mehr da ist, der noch verbrennen könnte. Oh, jetzt regnet es. Oh, ich habe prima Timing, bin ja gerade fertig. Dann geht das Feuer nämlich auch ordentlich schnell aus. Und vor allen Dingen, es raucht nicht noch wie Sau. Wenn man da jetzt in einmal Wasser drüber gekippt hätte, dann hätte das jetzt geraucht ohne Ende. Das gleiche natürlich bei Auspinkeln. Und wir hätten das Problem, dass uns dann jeder bemerkt, wenn wir in einer Umgebung sind, wo wir halt darauf achten müssen, nicht bemerkt zu werden. Ganz, 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 ganz wichtig allerdings, wenn ihr so euer Feuer gelöscht habt, das jetzt so aus aussieht, ist der nächste Schritt, den ganzen Scheiß wieder runternehmen. Natürlich nicht mit der Hand. Und gucken, ob es auch wirklich aus ist. Und dann raucht es nämlich noch ein bisschen weiter und dampft auch noch ein bisschen weiter. Aber das beobachtet ihr jetzt noch, weil Zeit habt ihr ja. Boah, 10 Minuten wäre gut. 5 Minuten ist Minimum. Und das werde ich gleich im Anschluss auch noch machen, auch wenn es jetzt regnet. Ja, man sollte meinen, oh, es regnet, dann kann es doch nicht noch brennen. Aber sicher ist sicher. Da muss man wirklich immer 150%ig sicher sein, dass bevor man geht, das Feuer auch wirklich aus ist. Es bringt was, das Ganze schön großflächig zu verteilen, weil so einzelne Blutstücke sind nicht in der Lage, dieses ganze nasse Pflanzenmaterial hier in Anführungszeichen anzuzünden. Da kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Sicherheitshalber könnte man jetzt hier, ohne dass es stinkt, auch noch mal drauf pinkeln oder ein bisschen Wasser drauf geben. Dann würde man auch noch sehen, wo ist es noch heiß, wo raucht es noch ein bisschen und müsste da dann noch mal entsprechend eine weitere, größere Menge Wasser drauf machen. Oder eben, man wartet wirklich noch ein bisschen länger. In der Regel wird es eigentlich kein Problem sein, wenn hier jetzt noch 10 Minuten hocken bleibt. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass man den Haufen noch mal aufmacht und sicher geht, dass dann auch wirklich alles aus ist. Der Haufen ist nur dazu, da das kurz zu ersticken und dann halt wieder aufmachen. Weil wenn man das nicht macht, dieses Wiederaufmachen, dann hat man halt das Risiko, dass es tatsächlich da innen drin noch weiter schwillt und dann doch irgendwann, nachdem man schon lange nach Hause gegangen ist, noch mal eine offene Flamme entsteht und dann hat man den Waldbrand. Also das hat schon seine Daseinsberechtigung. Das Einzige, weshalb man diese Methode trotzdem anwenden kann, ist halt, wenn man sich an Regel Nummer 1 des Feuermachens gehalten hat, immer beaufsichtigen. Immer drauf gucken, immer da sein, dann kann auch nichts passieren. Also das war Feuermachen für blutige Anfänger. Was ich euch jetzt nicht mehr zeige, aber kurz erkläre, ist, ihr schart jetzt den Platz, an dem ihr euer Feuer gemacht habt, einfach wieder so zusammen, wie ihr vorher das Laub auseinander geschart habt. Markiert euch vielleicht die Stelle, wenn ihr noch mal wiederkommen wollt und hier noch mal ein Feuer machen wollt. Denn es ist generell gut, so wenig Feuerstellen wie möglich anzulegen. Völlig egal, ob man es darf oder nicht. Oder gut, wenn man es nicht darf, dann sollte man gar keine anlegen natürlich. Es geht nur darum, jedes Mal, wenn ihr ein Feuer gemacht habt, sterilisiert die Hitze den Boden unterm Feuer und im gewissen Umkreis. Da ist alles tot. Ihr tötet also sämtliche Mikroorganismen, die da im Boden leben, inklusive Regenwürmer. Und wenn in der Stelle jetzt gerade der Maulwurf gesessen ist und geschlafen hat, was er nicht mitbekommen hat, dann ist der auch kaputt. Das ist natürlich Quatsch. Aber ja, man muss ja nicht mehr Natur kaputt machen, als unbedingt notwendig ist. Wenn ihr einmal an derselben Stelle euer Feuer macht, dann habt ihr den Schaden nur ein einziges Mal angerichtet. Und jedes weitere Mal, dass ihr da Feuer macht, ist dann egal. So, und mehr habe ich, glaube ich, dazu nichts zu sagen. Und baue jetzt hier ab, bevor mir die Kamera nass wird. Macht's gut. Ich hoffe, das hat euch einigermaßen was gebracht, wenn ihr blutige Anfänger wart. Bis zum nächsten Mal.